Hallo zusammen, ich bin Anna von Annas Beauty Café. Willkommen zurück. Ich kann es gar nicht glauben, wir sind schon in der dritten und letzten Runde der Swiss Face Awards 2018 angekommen. Heute ist ein mega wichtiger Tag, weil heute announcen wir Top 5, die um den Titel kämpfen werden. Artist of the Year 2018. Ich weiss ganz genau wie es euch geht. Ich bin vor einem Jahr am genau gleichen Punkt gewesen und ich bin aufgeregt mit euch zusammen. Top 10, vielen Dank für eure Videos. Es war so schwierig, zu entscheiden, wer in die Top 5 kommt. Aber ich glaube, es wird auch die Zeit, dass ich jetzt Top 5 announce. Gratulation Top 5. Eine Schweigeminute bitte. Wir sind leider schon am Ende, also an der letzten Challenge, angekommen und schweren Herzens werde ich euch die letzte Challenge announce. Sind ihr ready für die allerletzte Challenge von den Swiss Face Awards 2018? Let's gooo! Artificial Intelligence. Und liebe Schweiz, vergesst nicht! Ab dem 13. Juni könnt ihr für euer Lieblingsvideo zu Artificial Intelligence voten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen herzlich bedanken. Bei den Make-Up Junkies, bei den Make-Up Artists, bei den Fans, einfach bei allen für den Hammer Contest. Ein grosses Dankeschön an NYX Professional Make-Up Switzerland für das unglaubliche Jahr, das ich erleben durfte. Ich liebe euch, bye! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020